Die beliebten Vampir-Schwestern sind zurück. Na, Federmäuschen? Hast du sie noch alle? Hoi, boy. Mehr Spaß. Fumms. Du hast sie hypnotisiert. Mehr Abenteuer. Heute besiegt die Nacht den Tag. Ich bin Vampirjäger, das weißt du doch. Ja, genau. Mehr Geheimnisse. Wo sind wir hier? Das ist bestimmt der Thronsaal. Das Zentrum der schwarzen Nacht. Thronsaal, ja? Wie helfen wir euch? Cool. Die Vampir-Schwestern 3. Reise nach Transsilvanien. Ab Dezember im Kino. Die Vampir-Schwestern 3. Reise nach Transsilvanien.